Sicherheitsstreben Die Überbewertung der Intelligenz und Rationalität ist verständlich, weil die intellektuelle Arbeit darauf abzielt, Sicherheit zu erzeugen. Durch gedankliche, logische Durchdringung und Lösung eines Problems wird ein Ergebnis angestrebt, auf das ich mich verlassen kann. Zwei und zwei ist vier. Kein Gefühl kann das Ergebnis ändern. Auf diese Intelligenzleistung kann ich mich verlassen, heute und morgen, ein Leben lang. Insofern hat die Denkfunktion etwas Beruhigendes. Auf Gefühle kann ich mich weniger verlassen. Sie ändern sich von einer Stunde zur anderen. Sie sind nicht objektiv, sondern subjektiv. Die Rationalität macht Objektivität erst möglich. Je rationaler ich also bin, desto objektiver kann ich etwas beurteilen. Das ist sicherlich richtig und sinnvoll, wenn ich eine Brücke bauen will, die nicht einstürzen darf. Aber das ist nicht mehr sinnvoll, wenn es um mein Leben geht, um die Entfaltung meiner Individualität. Rationalität verschafft Objektivität und damit Sicherheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist so groß, weil die Angst vor der Unsicherheit so belastend ist. Ein Werkzeug soll sicher funktionieren, das ist verständlich. Kann ich mit dem Werkzeug Intelligenz auch an meiner Seele arbeiten, um Sicherheit zu erlangen? Ich werde es natürlich versuchen und komme damit in das typische Grübeln. Ich grüble über mich selbst nach, mit Worten und Erklärungen, und finde doch keinen Zugang zu meiner Seele. Denn die Seele ist nicht mit Worten und Erklärungen zu fassen, sie entzieht sich dem Intellekt. Denn sie ist ein ganz anderer Bereich, von der Intelligenz unabhängig. Im Raum der Intelligenzentfaltung existieren Regeln und Gesetze, auf die ich mich verlassen kann. Im Bereich des Seelenlebens gibt es keine Sicherheit. Hier fühle ich mich ausgeliefert, hilflos. Die Worte haben keine Bedeutung mehr. Alles beginnt zu verschwimmen und sich zu verkomplizieren, wenn ich die Maßstäbe des Denkens anlege. Ich denke, also bin ich, sagte der Philosoph Descartes. Ich fühle, also bin ich. Diese Aussage ist viel elementarer. Gefühle aber sind subjektiv und daher etwas Unsicheres, Unwägbares, Unstetes. Das Augenmaß ist ein unsichereres Maß als der geeichte Zollstock. Für die Partnerschaft gibt es aber keinen Zollstock. Was soll ich tun, wenn ich meinen Partner, in den ich einmal verliebt war, nicht mehr liebe? Wie soll ich wissen, ob ich ihn wirklich nicht mehr liebe? Ich kann es nicht ausrechnen und auch nicht mit Worten aufklären. Die seelischen Probleme des täglichen Lebens müssen wir ohne Zollstock und Worte lösen. Hier müssen wir uns auf unser subjektives Augenmaß verlassen. Wir müssen den Mut aufbringen, von Herzen subjektiv zu sein, uns zur Subjektivität zu bekennen und je bewusster und direkter wir das tun, umso besser. Mut zur Subjektivität ist Mut zur Unsicherheit. Wenn ich einer Regel gehorche, dann fühle ich mich sicher, denn ich kann mich an die Regel klammern und ihr die Schuld geben, wenn etwas schief geht. Liefere ich mich aber dem Leben aus, dann muss ich subjektiv sein, denn hier gibt es keine Sicherheit. Wir haben nicht gelernt zu sagen, ich empfinde so und so, das ist mein Gefühl, ich stehe dazu, auch wenn die anderen etwas anderes fühlen. Wir haben leider nur sehr selten erfahren, welche Sicherheit in der Unsicherheit entstehen kann. Die Sicherheit, die aus dem Kopf kommt, ist doch nur ein Strohhalm, an den ich mich klammere, also eine Scheinsicherheit, um mich zu beruhigen. Der Intellekt ist ein Beruhigungsmittel. Ich klammere mich an das Denken und glaube, dann könnte mir nichts geschehen. Aber das Denken enttäuscht mich immer wieder, denn es führt nicht weit. Ich muss in meinem Leben aber den Sprung der Erkenntnis machen, dass alles Denken keine Basis hat, auf die ich mich wirklich verlassen kann, also nur eine Scheinsicherheit vermittelt, denn wirkliche existenzielle Sicherheit gibt mir nur der Sprung in die Unsicherheit. Wenn ich mich dem Strom des Lebens ausliefere, mit dem Strom mitgehe, dann fühle ich mich auf mich selbst und die augenblickliche Situation bezogen. Je näher ich dem Augenblick bin und mich zu dem Moment bekenne, gleichgültig, was geschieht, unabhängig von allen Meinungen und Regeln, umso näher bin ich bei mir selbst. Wenn ich die Unsicherheit akzeptiere und annehme, dann stehe ich mir selbst am nächsten. In der Sicherheit liegt Starre und Blockierung, ein Sich-Klammern an eine Erwartung. In der Unsicherheit liegt die Bereitschaft zur absoluten, totalen Akzeptierung dessen, was geschieht. Wer Sicherheit sucht, möchte sich dahinter verstecken und in Ruhe gelassen werden. Ist das nicht ein trauriges Zeichen? Bringt die Unsicherheit nicht in Wirklichkeit mehr? Ein Künstler, der die Sicherheit eines Stils sucht, möchte in Ruhe sein Geld verdienen. Er wird deshalb zum Sklaven dieses Stils. Er muss Tag um Tag, Jahr um Jahr immer wieder dieselben Bilder malen, dieselben Lieder trellern, um sicher zu gehen, dass er ankommt. Das Abenteuer des Stilwandels, das ihm die Erfahrung der Unsicherheit bringt, bleibt ihm aber versagt. Wenn wir Sicherheit suchen, werden wir zu Sklaven dieser Sicherheit. Wir vermeiden das Experiment. Je mehr wir nach Sicherheit streben, desto stärker schwindet aus unserem Leben, die Spontaneität des Augenblicks. Desto starrer stehen wir im Wind und desto zerbrechlicher werden wir. Warum lassen wir uns nicht vom Wind davontragen, mitten hinein in die Unsicherheit, in das, was im Augenblick geschieht? In dieser Lebendigkeit liegt das Abenteuer des Lebens. Nur hier können wir tiefe, innere Sicherheit finden, auf die es ankommt, nämlich das Vorstoßen zu uns selbst. Ich bin ich, egal was geschieht. Ich bin bei meinem Kern. Je stärker sich das Chaos um mich herum entfaltet, umso bewusster bin ich in meiner inneren Mitte. Wir sollten also erkennen, dass erst in der Unsicherheit unsere innere Mitte für uns selbst sichtbar werden kann. Wir sollten die Unsicherheit als etwas Positives begreifen. Je intensiver und bewusster wir in das Unsichere hineingehen, desto stärker kann die innere Sicherheit des Subjektiven und Individuellen wachsen. Der Kern muss erfahren werden. Er muss wachsen, damit ich mir selbst sicher bin. Oberflächliche Sicherheit durch Anklammerung an Regeln und Systeme versklavt mich, raubt mir die Chance, mich wirklich zu erfahren. Das Befolgen von Regeln und guten Ratschlägen mag mich beruhigen, aber ich gehe schwach daraus hervor und versäume die Chance zum inneren Wachstum und zur Entfaltung meiner Kraft. Fremdbestimmung statt Selbstbestimmung Der Erziehungsprozess, der täglich auf das Kind einwirkt, ist in der Regel äußerst unterdrückend. Das Kind möchte seine Lebendigkeit entfalten und ausleben. Dieser Vitalität stellen sich Hindernisse über Hindernisse entgegen. Sei nicht so laut, spring nicht herum, schneide keine Grimassen, gib die Hand, geh jetzt ins Bett. Dieser Fernsehfilm ist nichts für dich. Mach die Musik leise, putz dir die Schuhe ab, isst den Teller leer, schlaf jetzt. Frag nicht so blöde, sei still, wenn die Erwachsenen reden. Davon verstehst du nichts, mach deine Schularbeiten, hol zwei Brötchen beim Bäcker, räum deine Spielsachen weg. Pass auf, damit du nicht kleckerst. Pass auf deine Geschwister auf. Bring diesen Freund nicht mehr mit, sei um 18 Uhr zu Hause. Vergiss deine Tabletten nicht, geh jetzt spielen. Lies nicht immer diese blöden Heftchen. Jetzt noch weggehen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du erhältst jetzt Nachhilfe. Wenn du dich nicht anstrengst, kommst du ins Internat. Spiel jetzt nicht Gitarre. Das kannst du nachmittags machen. Telefoniere nicht so lange. Das Kind wird total reklimatiert, gegängelt und überwacht. Es erlebt sich ohnmächtig, unwissend, dumm, ungeschickt, unfähig, als störend, voller Fehler und falscher Wünsche und Verhaltensweisen. Diese Frustrationserlebnisse wecken Aggressionen, die natürlich nicht offen gezeigt werden dürfen, weil sonst Strafen drohen und erzieherische Macht ausgeübt wird. In diesem Klima der Fremdbestimmung kommt das Kind in die Pubertät, schlägt sich mit den Ausbildungsinstitutionen Schule oder Lehre herum und fühlt sich ohnmächtig den vorgefundenen Regeln, Erwartungen und Gesetzen ausgeliefert. Das Kind wird zum Jugendlichen, entdeckt die Sexualität und entwickelt sich auf die Volljährigkeit zu. Jeder Sozialisierungsprozess ist ein Anpassungsprozess. Die fremden Forderungen werden verinnerlicht und in das Über-Ich aufgenommen. Das Über-Ich, nach Sigmund Freud, die seelische Instanz, die gesellschaftlich vermittelte Normen speichert, wird mächtiger und mächtiger, bis es schließlich so stark entwickelt ist, dass der junge Mensch von selbst so funktioniert, wie es gewünscht wird. Er ist dann sozialisiert und diszipliniert. Ein nützliches Glied der Gesellschaft, ein soziales Wesen, das er ja sein muss, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können. Früh schon wurde die Bewertung der eigenen Person verinnerlicht. Richtig ist, wenn du das und das tust. Falsch ist, wenn du dich so verhältst. Man möchte sich richtig verhalten, um gelobt zu werden und um Anerkennung zu finden. Mit dem Erlebnis der ersten Liebe wendet man sich wieder einmal nach außen, sucht den Kontakt zu einem fremden Menschen, möchte ihn lieben und sucht seine Liebe zu gewinnen. Zuerst respektiert und akzeptiert man den anderen als Fremden. Die Überwindung der Distanz und Fremdheit ist etwas Wunderbares, Beglückendes. Man kommt sich näher, geht eine Beziehung ein und beginnt automatisch das Verhalten zu bewerten. Es begann so schön, eine Begegnung in Bewunderung und Freiheit. Und sehr schnell schleicht sich mit der Vertrautheit die Reglementierung ein. Wo warst du so lange? Warum hast du nicht angerufen? Liebst du mich wirklich? Warum bist du so müde? Warum machst du das Radio so laut? Warum hast du das und das vergessen? Zuerst sind es nur vorwurfsvolle Fragen. Sie gehen dann nach und nach über in Forderungen. Wenn du mich liebtest, dann hättest du mich angerufen. Räum die Teller in die Spülmaschine. Geh mit mir ins Kino. Kauf mir den Pullover. Lies nicht Zeitung, wenn ich mit dir reden will. Hol die Kartoffeln aus dem Keller. Sieh dir doch nicht diesen Quatsch im Fernsehen an. Schau dir nicht diese Frau an. Siehst du nicht, wie billig sie angezogen ist? Hör nicht auf den Egon, der ist doch ein Spinner. Lass dich nicht ausnutzen. Du machst dich ja lächerlich. Sei aktiver. Sei freundlicher. Lass dir nichts anmerken. Das darfst du dir aber nicht gefallen lassen. In der Liebe erhofft man zu zweit endlich mehr Selbstentfaltung zu finden und gelangt früher oder später doch wieder in eine Fremdbestimmung. Forderungen über Forderungen überall stehen die Menschen und Interessengruppen bereit, um ihre Forderungen und Erwartungen an mich heranzutragen. Wo bleibt das Ich? Mein wahrer Kern? Meine Ursprünglichkeit? Mein eigentliches Selbst? Wer Forderungen und Erwartungen nicht erfüllen will, weil er im Moment etwas anderes von Herzen lieber tun möchte, weil er aus dem Innersten heraus ein anderes Bedürfnis spürt, der ist ein Egoist. Niemand möchte gerne ein Egoist sein. Wir wollen alle, da wir fremdbestimmt erzogen wurden und es immer recht und gut machen wollen, ein gerechter, höflicher, freundlicher, vitaler, anerkannter und liebenswerter sozialer Mensch sein. Wir wollen geliebt werden und nehmen deshalb immer wieder die Fremdbestimmung freundlich lächelnd auf uns und verzichten auf Selbstbestimmung, weil sie ja so egoistisch ist. Niemand möchte ein Egoist sein. Das ist asozial, unsolidarisch, außenseiterisch, ja kriminell. Das Schlimmste ist für einen fremdbestimmten Menschen, der gut und lieb sein will, als Egoist bezeichnet zu werden. In meine Praxis kommen vor allem Liebemenschen, die es ihren Eltern, Partnern und Chefs immer nur recht machen wollen, die um Gottes Willen nicht egoistisch sein wollen und die ganz erbärmlich darunter leiden, mit Magengeschwüren, Schlaflosigkeit, Handschweiß, Erröten, Alkoholismus, Herzrhythmusstörungen, dass sie immer alles falsch machen, dass sie nicht so brav und folgsam sind, wie es die anderen von ihnen erwarten. Die unausgesprochene Erwartung ist, hab keinen eigenen Willen, sei so, wie ich es will, dann bist du kein Egoist. Wenn du etwas Eigenes willst, dann kann ich dich nicht akzeptieren und lieben, dann bist du mir zu schwierig, zu egozentrisch, zu kompliziert und egoistisch. Als Psychologe und Berater sage ich meinen ratsuchenden Klienten immer wieder, erkenne die Fremdbestimmung. Schau dir das an, wie von allen Seiten die Lanze der Bewertung auf dich gerichtet wird. Sieh dir genau an, was jeder von dir will und von dir erwartet. Und jetzt setze dem entgegen, ich bin ich. Ich habe ein Recht darauf, mich zu verwirklichen. Wenn ich müde bin, dann will ich schlafen. Wenn ich Musik hören will, dann sollte das möglich sein, zumindest mit Kopfhörern, hier und jetzt. Wenn ich die Natur will, dann brauche ich das. Nicht erst am Sonntag, sondern jetzt. Das ist Selbstbestimmung. Und wenn diese Selbstbestimmung als Egoismus bezeichnet wird, also als etwas Negatives, warum habe ich Angst davor? Ich habe Angst, nicht geliebt zu werden. Warum will ich immer geliebt werden? Ist es wirklich notwendig, geliebt zu werden? Ich muss den Mut aufbringen, nicht geliebt zu werden. Es ist lächerlich, was die anderen von mir fordern, als Beweis meiner Anpassung und bequemen Verfügbarkeit. Sei ein Fremder, damit man dich respektiert. Sei fremd, eigenwillig, individualistisch, unnachgiebig, egoistisch. Und sie werden dich respektieren. Wir müssen über unseren Kindergehorsam aus Angst hinausgelangen. Das heißt, er ist wirklich erwachsen geworden zu sein.